Nach fremd geäcklert, Fans wüten auf Tristan Thompson's Insta. Monatelang freuten sich die Fans von Chloe Kardashian, 33, über ihr Liebesglück mit Tristan Thompson, 27. Besonders, da die 33-Jährige schon bald das erste gemeinsame Kind der beiden zur Welt bringen wird. Nachdem am Mittwoch allerdings pikante fremdge Clips auftauchten, ist es schlagartig vorbei mit der Sympathie für den Basketballstar, für Hagelt es auf seinen Insta-Pics jetzt jede Menge verärgerte Kommentare. Während es von und ihrem berühmten Clan noch kein offizielles Statement gibt, sind ihre Fans umso aktiver im Netz. Unter letzten Instagram-Bildern häufen sich die entrüsteten Kommentare. Du hast kein Herz. Ich bin so, so traurig wegen, sie muss am Boden sein, schrieb eine Userin. Eine andere Nutzerin machte ihre Enttäuschung mit einem Bordspiel Luft, du spielst besser mit Frauen als mit Basketbällen. Ein anderer User rät dem 27-Jährigen, sich vor Familienoberhaupt-Christina, 62, in Acht zu nehmen, bevor sie ihm das Leben zur Hölle machen könne. Im Hinblick darauf, dass die betrogene Kataschian Baldkin zur Welt bringen wird, sind sich einige Kommentatoren sicher, der NBA-Star zerstört die Welt für sein kleines Mädchen noch vor seiner Geburt. Du hast das Herz deiner Tochter gebrochen, bevor es irgendein Kerl tun konnte, sagte ein Nutzer. Wie findet ihr es, dass nun den Ärger der Fans auf seinem Profil abbekommt? Stimmt ab!